Angst ist ein Gefühl, das man nicht haben möchte, aber trotzdem braucht, um überleben zu können. Dann stellt euch mal vor, ihr würdet nicht weglaufen. Beispielsweise, wenn ein Monster, ein großes, haariges Monster mit spitzen Zähnen und scharfen Kallen hinter euch herrennt, wenn es euch zum Essen einladen möchte. Aber wisst ihr was? Es gibt nichts, wovor man nicht Angst haben kann. Na, da, nee, da sind ja Spinnen. Nee, lieber nach da, nee, da sind ja auch Spinnen. Oh Gott, ich glaube, ich spiele alles voll gefährlich. Ich muss lieber da. Angst kann also euer Freund und Lebensretter sein und Angst kann verdammt Spaß machen. Ich hatte noch nie Angst. Echt? Aber Leben ist doch voll gefährlich. Du musst mir das nur mit der Angst erklären. Nein. Warum denn nicht? Weil ich schüchtern bin. Ich habe einen Rückenfall. Ich habe einen Rückenfall. Die Angst immer schön kommen lassen und dann wieder gehen lassen. Da geht ласen Sie jetzt. Ja.